Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Foundation. So, ja gucken ja gar nicht mehr so viele, sehr schade, weil es hat wirklich sehr sehr viel geändert innerhalb dieses Games, aber hey. Ist halt kein fetter AAA-Titel. Egal. So, wie sieht's hier hinten aus, wie sieht's hier drüben aus, wie sieht's da aus, da sieht's gut aus. Da könnte man jetzt auch langsam, aber sicher mal, ne, hier, den könnte man mal so ein bisschen vergrößern nach hier drüben. So, ja, vorragend. Und dann kann man das alles so ein bisschen auf die Seite schubsen, wenn denn da die letzten Bäume weg sind. Da kommt schon wieder ein Händler vorbei. Auch das ist sehr schön. Was haben wir denn in der letzten Folge hier freigeschalten? Richtig. Da brunnen, ne? So. Wir müssen hier hin, denn wir brauchen... Oh, wir haben eine Bildhauer-Werkstatt. Da hat er ja nicht aufgepasst, der Junge. Da hat er ja nicht geguckt, wa? Hier, zack, da. Bildhauer. Bildhauer-Werkstatt. Eiskalt, zack, hier daneben hin. Bauen, machen, tun. Ach ja, genau, und wir haben noch kein Marmor. Hahaha. Stimmt, da war ja auch noch was. Hahaha. So, hier hin, Mandat. Passt auf. Und zwar hier. Das ist in diese Richtung. Gastraum bearbeitet. Sehr schön. Nein, das ist der Falsche. Oder ist das der Falsche? Ich hab keine Ahnung. Wo seid ihr denn? Da läuft was. Da ist... Okay, das ist... Okay, das ist definitiv falsch. Wir brauchen wirklich die hier drüben, ne? Die sind das. Ja, die sind das. Dann bitte hier starte er. Ich hoffe, dass da... der große Mamodos dann dort liegt. Tapp, hierher. Zack, du wächter mit. Wie sieht's hier drüben aus? Da ist noch nichts gebaut. Schade. Oh, hier hinten wird eine Jagdhütte. Stimmt. Wir haben ja angefangen, hier eine Jagdhütte zu bauen. Das bedeutet, wir können hier... ähm... ein Jagdgebiet dann ausrufen. So, hier so im... Hier so, ne? Das sieht, glaube ich, doch ganz okay aus. Das kann man machen. Ja, Bauhütte bearbeitet. Da kann jetzt auch wieder einer mehr rein. Hier wird... Jawohl, da kann man einen Schrankwirt einstellen. Das machen wir doch aus direkt. Besucherzahlen 0 von. Hast du nicht gesehen, ne? So. Und dann müssen wir gucken, dass wir langsam rankommen an Labira. Ja, das wäre... Dafür bräuchten wir hier hinten wahrscheinlich nochmal... Oder wir ziehen das hier um. Das wäre natürlich auch... Das wäre natürlich auch eine extrem einfache Geschichte. Um da mal... So, einfach alles mal raus. So, das ist ein ganz normaler... Springbrunnen. Den wir natürlich wunderschön hier haben wollen. Zack, bitte geh mal da hin. So würde ich sagen, oder? So, mit dem Ding da so ein bisschen ran. Richtig. Und dann... Zack. Was? 500? Bist du des Wahnsinns? Naja, wir können den ja einfach mal hier so stehen lassen. Dann gehen wir da hin. Dann gehen wir hier hin. Und dann würde ich sagen, klatschen wir den viermal ran. Bau das bitte. Mach das. Das baust du auch gleich. Wenn du schon dabei bist. So, eine Geschichte macht die Runde. Überschüssiges Baumaterial. Jawohl. Hier ist wieder einer, der um Audienz bettelt. Zack. Her damit. Her damit. Weg damit. Wie sieht es hier aus? Da ist Kohle en masse. Aber fast kein Eisen. Oh, hier ist wirklich fast kein Eisen. Hier ist kein Eisen. Eisen, Erz, aber Kohle wie Suche, ne? Ei, ei, ei. Wird hier, da wird, ne? Aber wir können... Von denen hier können wir da keinen mehr. Ne, können wir nicht mehr. Schade. Mach mal weg. So. Zack. Da oben läuft wieder einer runter. Das ist auch sehr gut. Yeah. Speichere. Sehr vorragend. So. Da nähert sich wieder ein Kaufmann. Eisenvorkommen bearbeitet. Haben wir zwar eigentlich nicht, aber hey, wenn du meinst. So. Welche Geschichte macht die Runde? Verschuldet das Dorf. Ja, wenn du meinst. Okay. Dann lass ein bisschen runtergehen. Da ist jetzt ein Holzfällerlager gebaut. Das heißt, wir nehmen dieses Holzfällerlager und zerstören es. Dann sind die alle nur noch hier hinten. Zack. Da ist der erste schon drin. Das ist großartig. Das ist wirklich großartig. Da kommt auch ein bisschen ein Kaufmann nähert sich. Ja, komm. Komm nur ran, Junge. Komm nur ran. Ist schon gut. Mach das. Und was wir natürlich, da können wir gar nicht. Der ist noch am Material vorkommen. Wer ist da drüben? Ist er. Da drüben ist er. Was möchte er? Stimmt. Es hat ja geheißen, es gibt Dreckwetter. Ja, es gibt ein Unwetter. Können wir gerade gar nicht. Was willst du haben? 100 Wolle haben wir. Das klingt nach einem guten Geschäft. Hier. Hoffen wir, dass es schnell vorüber geht. Wolle geliefert. Da gibt es wieder ein bisschen. So, dann können wir hier auch mal hergucken. Arbeiterschaft. Tavernenmauer. Hingebungsvolles Volk. Privileg. Privileg. Hingebungsvolles Volk. Gegenseitige. Prunkeinfluss von Arbeiterschaft und Teros. Das nehmen wir. Das ist gut. Das möchten wir haben. Oh, wir hätten hier unten. Nein. Verdammte Axt. Da brauchen wir auch wieder 10 für. Und wir haben nur noch 5. Verdammt. Naja, egal. Geh mal hier hin. Allgemeiner Fahrt. Hier sind die Edikte. Oh. Hier haben wir deren Platz. Da können wir schon was. Handelsvereinbarung. Handelspreisbonus von 10% Stieglungen mit Virus-Loyalität. Naja. Hier. Geh da mal hin. Hingebungsvolles Volk. Und was haben wir hier? Händler-Liga. Aha. Aha. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen mal den da. Der klingt gut. Da fehlen Rohmaterialien. Oh, da können wir auch. Edikte 1. Robustes Material. Mhm. Da müssen wir mal gucken, ob es da nicht noch weitere gibt. Sieht aber gerade irgendwie nicht so aus, ne? Oh, hier unten, ne? Demnächst verfügbar. Uh. Ah, hier. Schaut mal. Da gibt's noch. Ja. Minenförderung. Erlass. Den gibt's ja auch noch. Und den Großhandelserlass. Ich würde sagen, wir hauen hier mal. Mhm. Werden erhöht. Werden reduziert. Aha. Massenhandel. Kleros. Mhm. Ja, interessiert gerade gar nicht. So, da brauchen wir wieder. Da ist der Springbrunnen gebaut. Sehr schön. Wunder. Schön. Ähm. Ich wollte noch gucken. Und zwar hier. Königlich. Genau. Da wäre das. Da müssten wir auf Ansehen von 5 kommen. Wie wir das machen, ich habe keine Ahnung, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm. So. Ich glaube, dafür müssten wir dann irgendwie so eine Armee oder so, ne? So, wir könnten ja hier mal. Eigentlich könnten wir dann da mal Soldaten zuweisen. Wäre vielleicht gar keine so doofen Sache. Hier können wir den da. Bau den mal. Wir gucken, ob das geht. Baumeister bringt, Baumeister macht, Baumeister tut. So, hier oben sind Schafe. Richtig. Ich weiß, was wir letztes Mal noch freigeschalten haben. Was wir natürlich nicht mehr gebaut haben. Und zwar hier Warenproduktion, Schäferei, Weberei. Falsch. Hier ist es, ne? Jagdhütte, Hopfenfarm. Käserei. Da ist er. Der Milchhof. Ne? Wir benötigen definitiv. Ja, ich würde sagen, wir klatschen das mal hier hinten hin. So. Und zwar einfach direkt mehr als ein. Oder? Was meint ihr? Ich. Ja. Super. Nahegelegen im Vorkommen. Wieder nur Steine. Hopp. Hier rum, hier rüber. So. Und zwar so würde ich das machen. Außerhalb des Territoriums. Jetzt ist er innerhalb. Ähm. Und zwar. Ne, wir machen es. So machen wir es. Ähm. Ja, super. Das ist natürlich genau unser Jakob. Hahaha. Ach, wie lustig. Einmal hier. Und dann würde ich tatsächlich verbauen. Da einfach direkt noch einen. Und zwar so hin. Einfach so da hin. Zack. Zwei Milchhöfe. Hopp. Hat er gemacht. Dann gehen wir hier hin. Und dann bauen wir eine Käserei. Wo bauen wir diese Käserei? Hm. Ich würde ja sagen, wir bauen die Käserei hier hin. Einfach eiskalt so da hingeklatscht. Oder? Ja, komm. Hier. Mach. Schieb den Stück auf die Seite. Das geht schon. Jawoll. Hm. Wie war das jetzt hier gleich wieder? Das war genau. Ah, da war das dabei. Okay. Okay. Sehr gut. Ich baue diese Käserei. Und du hier. Da sind eh keine Beeren mehr drin. Da kannst du dann direkt hier Käse lagern. So. Und du da unten. Ja, das ist jetzt blöd, ne? Das ist jetzt eher suboptimal gelaufen. Aber. Ha. Wir wären ja nicht wir, wenn wir da nicht auch eine Lösung für hätten. Hier. Zack. Weicher. Diesen Speicher bitte direkt hier hin. So. Daran. Ja, der kostet Geld. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist schön. Alles ist wunderbar. Jetzt geht es gerade ein bisschen runter. Aber. Keine Sorge. Wieso wird hier eigentlich nicht. Ach, ich weiß es nicht. Ja, weil wir wieder kein Eisen haben. Warum haben wir kein Eisen? Wir haben doch hier eine Schmelze. Okay, da ist der kostenlose Bau abgeschlossen. Also Arbeiterschaft geht es uns hervorragend. Herrenhaus bearbeitet. Jawohl. Sehr schön. Schmiede funktioniert gerade nicht so wirklich prickelnd. So, Mandate sind verfügbar. Ja, da haben wir kein Geld für. Das können wir uns gespleistern. Das geht so nicht, schwa? Lassen die euch alle noch in die Kirche rein? Ey, 120, 132. Nein. Es muss auch schon die zweite Kirche und so, ne? So. Ja, mit den 50, das ist jetzt eine dumme Sache, dass da das mit dem Käser und so, ne? Ich weiß nicht, ob das auch funktioniert, wenn die direkt bohlen müssten. Und natürlich habe ich es falsch rum reingebaut. War ja klar. So. Hier, einer davon und dann 1, 2, 3, 4, 5. Hervorragend. So, 5 Brügel. Ah, wir machen mal. Okay. Da. Jawohl. Jetzt können wir den auch bauen. Sehr gut. So läuft das. So lobe ich mir das. Jawohl. Der kriegt einfach nur... Nur Zeug. Da wird, da geht, da wird gemacht. Jawohl. Sehr schön. Da ist die Käserei gebaut. Auch hier gehören zwei Leute rein. Sehr, sehr gut. So, jetzt wird der Speicher gebaut. Auch das ist hervorragend. Mensch, wunderschön. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. So. Aber wir benötigen natürlich... Hier müssen wir ein Mandat. Wo ist der? Der ist da hinten. Ja, starte das mal. Hm. Mach das mal bitte. Bitte. Bitte danke. Okay. So. Okay. Das mit unseren Pflückern funktioniert irgendwie nur noch so eher suboptimal. Aber wir können... Aber wir können... Aber wir können hier Produktion... Äh... Dann brauchen wir... Dann brauchen wir... Käse. Dann brauchen wir... Nochmal Milch. Und dann brauchen wir... Wildschwein. So. Neuankömmlinge kommen ins Dorf gelaufen. Können wir doch nicht. Sind aber ein paar, die da ankommen. Das ist sehr gut. Und... So. Ja, hier macht das mal aus. Und dann hier. Und hier. Zack, zack. Ja, doch. Hat was, ne? Das kann man... Kann man schon so... Ja, da sind jetzt die beiden. Und da kommt dann die Hopfenfarm hoch. So. Da sind die ganzen Neuankömmlinge. Bitte zack. Ihr Mann auf einen Schlag. Oder... Naja. Ein Einwohner. Nichts sind ja keine Männer. Sind ja Einwohner, ne? Ähm... Hier ist... Hier ist das. Hier ist das. Hier muss der hin. Ja, sehr gut. Genau. Da muss der so hin. Und dann müssen wir uns hier hinten... Ja, wieder ein bisschen Kohle haben. Müssen wir uns ein bisschen was kaufen. Ah. Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Warum können wir hier... Kostenloser Bau... Gibt's da irgendwas, was sagt... Okay, hey, jetzt sieht's jetzt... So muss es aussehen. Der würde Plus machen. Hm. Okay. Wenn's heißt, der würde Plus machen, dann setzen wir da noch einen hin. Und dann... Setzen wir da noch einen hin. Und da setzen wir noch einen. Ne, geht nicht. Aber hier, oder? Hier würde ich sagen... Klatschen wir noch einen hin. Und dann... Ja, warum nicht, oder? Mach das. Und dann würde ich sagen, bau das. So, Sammlerhütte gebaut. Einer ist noch da. Äh... Okay, warum laufen die Sammler jetzt bis hier hinter? Das ist eine gute Frage, würde ich sagen. Ach, war bei euch schon wieder? Ne, das ist... Äh... Okay. Hm. Ja. Gut. So, Klosterbau. Warum Kloster? Hä? Kostenloser Bau. Nicht Kloster. Kostenloser. Meine Güte, der Kerl, ne? Hier. Du möchtest Audienz haben. Komm her. Was will der König? König will Weizen. Wie sieht unser Weizen aus? Unser Weizen sieht... Unser Weizen sieht stabil aus. Natürlich Weizen für den König. Hier sind die Neuankömmlinge. Zack, zack. Reingehauen. Geld gemacht. Sehr schön. Hier, hier. Dann einmal hier hoch. Einmal hier rüber. Der braucht noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, hier Territorium. Kaufen können wir gerade nicht. Haben wir nicht genug Geld. Unzureichende Behausung. Ja. So. Hier drüben müsste der, ne? Hier, das ist ja wieder ein hervorragendes Stein vorkommen. Ganz granios. Geht nichts über Stein vorkommen. Und ich glaube, hier ist das, wo wir gerade gucken. Hier. Und das wäre natürlich bombastisch, wenn wir da dann... Ja. So. Hier würde ich sagen, wir nehmen... Den da noch. Jawohl. Mineralvorkommen entdeckt. Und es ist... Und es ist... Okay, es ist nicht. Ich glaube, der hat das hier jetzt einfach nur gerade entdeckt, weil da einer hinladscht. Beziehungsweise, wenn wir näher ran sind. Hä? Und da ist dann natürlich die Frage... Ja, Neuankömmlinge, ne? Mehr Neuankömmlinge. Immer ran. Hier hinten. Zack. Zwei. Drei. Hä? Mhm. Ach komm, wie lange braucht denn der noch? Der Ubertuccio. Wir können hier... Wir können hier Wohngebiete... Die hier stehen. Einmal hier so, ne? Dann vielleicht nochmal so. Wenn man das möchte... Kann man das machen. Aber hier muss dann auf alle Fälle ein Markt her. Hoppala. Nur einer. Schade, wenn nur einer. Aber du darfst direkt sammeln gehen. Denn das ist notwendig. Okay, wir haben... Kriegen auch Wildschwein. Gerade ein bisschen rein. Wie geht's denn unserer Gaststätte? Unsere Gaststätte hat zwei Gasträume und verbraucht momentan nur Geld. Ressourcen zuweisen. Bier, wenn wir denn welches haben. Ja, da kann man nochmal nach, ne? So. Da la. Hier hinten sieht's jetzt inzwischen einigermaßen gut aus. Wir können mal hier hin. Und zwar brauchen wir... Da müsste sie doch irgendwo sein. Da ist sie. Die Hopfen fahren. Bitte einmal so rumgedreht. Und dann bitte dahin geklappt. Oh, die ist gar nicht mal so billig. Die ist nicht so günstig, wie man meinen könnte, ne? Muss man jetzt da fairerweise mal dazu sagen. Wie sieht's denn aus? Komm, wie lang brauchst denn du da noch? Kann es denn so schwer sein? Schnapp dir einen Geologen, latsch da hin. Kein Zugriff auf Nahrung. Jetzt fängt's an. Und was ist es? Es ist... Es ist... Es ist Stein. Hervorragend. So, wir machen mal hier auf. Da sind die Bauern, die Bauern, die Bauern, die Bauern, die Bauern, die Bauern. Da ist ein Förster. Den machen wir mal. Käser, Köhler, Müller, Sammler. Wo sind sie? Da sind sie, die Spiele. Okay. Mehr können wir nicht. Ah, komm. Ah, komm. Hier, hau Geld rein. Ernsthaft? Das geht nicht? Ja, schade. Habt man mal, ne? Beförderung abschließen. Dann gibt's nur zwei Stück. Neuankömmlinge nähern sich wieder. Das ist natürlich schön. Neuankömmlinge nähern sich doch auf. Ja, hervorragend. Mandate in der großen Halle. Mhm, 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 mhm. Also das nächste Mal befördern, wenn mehr Geld da ist. Denn wenn wir da jetzt hingehen und hier sagen, dann können wir nicht die Liste öffnen. Ja. Erkundung eines Mineralvorkommens. Welches Mineralvorkommen ist das? Das ist das falsche Mineralvorkommen. Welches ist das? Das ist das da hinten. Und das ist das da ganz hinten. Und das ist das irgendwo am ADW. Richtig. Das bedeutet, wir nehmen uns mal das hier vor. Jetzt haben wir wieder kein Geld. So, hier rein mit dir. Zack, zack. Zwei Mann. Wie sieht's hier hinten aus? Da sind drei Sammler drin. Da ist ein Sammler drin. Jetzt sind da auch drei drin. Sehr schön. Wildschweine werden auch mehr. Brot wird immer weniger. Ganz toll. Warum? Mehl ist okay. Mehl ist stabil, aber es reicht wohl nicht von den Bäckereien. Sehe ich das richtig? Wow. So, hier oben haben wir jetzt ein bisschen... Ja, so toll ist es jetzt natürlich nicht. Hubertuzio, wo bist du? Hier, komm mal her. Geh mal bitte. Mineralvorkommen. Nein. Einfluss beim Strand gewinnen. Jo, mach mal das da bitte. Dankeschön. Wieder mal ein bisschen Schleim und Griechen. Das ist sehr schön. So. Das ist hervorragend. Ei, 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 ei. Und schon wieder Neuankömmlinge. Da geht was her. Aber, meine Lieben, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Bis dahin. Und ciao. So. Und jetzt geht's gut.